Hallo liebe GTA-Fans, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute haben wir unglaubliche Neuigkeiten zu GTA 6, die ihr auf keinen Fall verpassen dürft. Bevor wir in die Details eintauchen, vergesst nicht den Abonnieren-Button zu klicken und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit ihr keine Neuigkeiten und Updates aus der Gaming-Welt verpasst. Lasst uns mit einem Feature beginnen, das alle in Aufregung versetzt. Die erstaunliche Wasserdarstellung in GTA 6. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir sprechen über Surfen im Spiel. Aber wie ist das überhaupt möglich? Das verdanken wir der fortschrittlichen Range 6 Engine. Hier sind unsere Erkenntnisse. Das Wetter in GTA 6 dient nicht nur der Atmosphäre. Es ist ein wahrer Spielveränderer. Starke Winde beeinflussen die Wellen, beschädigen die Vegetation und haben sogar Auswirkungen auf euer Gameplay. Bereitet euch auf ein völlig neues Maß an Immersion vor. Aber das ist noch nicht alles. Wir werden auch in Tüllen wie Regen und Wind eure Fahrzeuge beeinflussen. Und das ist atemberaubend. Wir haben euer Feedback gehört und Rockstar hat zugehört. In GTA 6 wurde die Fahrzeugphysik auf ein völlig neues Niveau gehoben. Die erhöhte Polygonanzahl bedeutet, dass ihr realistische Fahrzeugdeformationen erleben werdet und das führt zu epischen Unfällen im Spiel. Bleibt dran, um mehr zu erfahren. Und wenn ihr dachtet, es könnte nicht besser werden, irrt ihr euch. GTA 6 wird mit physikalisch simulierter Beleuchtung dank BBR-Technologie das Spielerlebnis auf die neueste Stufe heben. Das bedeutet, Texturen werden realistischer aussehen als je zuvor. Wir haben alle beeindruckenden Details für euch. Und wenn ihr gedacht habt, es könnte nicht aufregender werden, denkt nochmal nach. GTA 6 wird das Spielerlebnis auf die nächste Stufe heben. Wir können es kaum erwarten, diese aufregenden Neuigkeiten in Aktion zu sehen. Daher vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bleibt dran und lasst uns wissen, welche Features euch am meisten begeistern. Bis zum nächsten Mal!